Mit den Freunden in die Welt zum Studium an die Karlshochschule. Ich bin Anna und ich war mit den Freunden in der Welt und zwar habe ich meinen Freiwilligendienst in Indien gemacht. Ich war ein Jahr in Hyderabad und habe dort in einer NGO gearbeitet, die sich für die Rechte von Frauen und Kindern und zwar besonders der indigenen Bevölkerung eingesetzt hat. Das hat mich persönlich weitergebracht, weil es meinen Blick auf die Welt und auf verschiedene Lebensweisen verändert hat. Jetzt studiere ich an der Karlshochschule International Relations. Was mir an unseren Seminaren ganz besonders gut gefällt, ist die internationale Atmosphäre. Es sind ungefähr die Hälfte der Studenten an der Karlshochschule internationale Studenten aus der ganzen Welt. Dadurch wird man immer wieder mit neuen Meinungen konfrontiert und es kommen tolle Diskussionen in den Vorlesungen zustande. Unsere Seminare finden in Gruppen von 20 bis 40 Leuten statt. Wir haben Gruppentische in den Seminarräumen und diese kleinen Seminare sorgen dafür, dass man sich gut einbringen kann, dass man mitmachen kann und dass die eigene Stimme gehört wird. Es werden verschiedene Studiengänge angeboten im Bereich International Business, Management und International Relations. Alle diese Studiengänge finden auf Englisch statt und es gibt auch noch zwei Masterprogramme. Wir befinden uns jetzt im Play Space. Hier finden verschiedene Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen statt für Studenten, aber auch für alle anderen Interessierten, weil es der Karlshochschule auch sehr wichtig ist, soziales Engagement zu stärken und beispielsweise auch Engagement für Nachhaltigkeit und Umwelt oder Diversität. Dies wird auch durch verschiedene Initiativen gefördert, die die Karlshochschule anbietet und die Studenten für Studenten anbieten. Darauf wird Wert gelegt, damit Studenten die Möglichkeit bekommen, die Welt von morgen mitzugestalten. kundge年, Begegnung wird mit Bundeskanzöschen, partei des Mitgliedern des Mitgliedern des Mitglieders, und im Laufe des Mitgliedern des Mitgliedern des Mitglieders, der Kultur des Mitgliedern des Mitglieders und Ertel, anschließend in der St. Transformation und der St.depp-Geräusche über die Gange mit Gebä siere Gange ist. Als Ertelung bei sich befestigt werden, wird es berholt und nicht geschyt werden. Wir sind berholt ein, bis zu bones von uns als Kindlets. Untertitelung des ZDF, 2020